Auf uns ist kalt. Ja, ich weiß, dir ist auch kalt. Warte mal, wir legen, wir legen. Da sind sich daheim noch beim Projekt und denken, fuck, warum hast du damals das nicht noch gefragt? Hast du überhaupt die Kamera ruhig gehalten? Ja, genau, so sieht es aus. Hast du überhaupt die Kamera ruhig gehalten bei der Kälte? Ja, genau. Aber was für die Outtakes, ja. Ja, okay. Weit muss ich mit dem Zubefahren, wir weit. So. Ja, also wir. Hermann, ihr seid genau im Bild, es schaut nicht gut aus. Ihr seid genau im Bild, aber du kommst dann eh kleiner dran. Was weißt du jetzt? Soll es uns keines werden, oder was? Wenn ihr was hinten steht, schaut. Aber du kannst dann eh gleich da bleiben. Sehr gut. Sehr gut, ja. Ich glaube, dann haben wir... Ja, für mich bedeutet das, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen. Ja, wen haben wir denn da? Du kannst dir mal sagen, dass du das ganze Wochenende gut gearbeitet hast. Ja, jetzt mal kurz, noch die Kamera. Ja, jetzt machen wir mal, jetzt machen wir mal. Ich will nicht. Ich darf rüber? Du bleibst schon. Ja, das macht er selber. Dann kriegt er gleich eine Retour-Kutsche. Hä, Vic, da kommst du auch nochmal dran. Also, das Wochenende war für mich, jetzt noch der langen Winterpause. Warte mal kurz. Wir fehlen die Worte. Hey, du hast Pokal gewohnt. Sehr schön. Würstel-Behälter. Aber mit Würstel drin. Hä, Vic, bist du dran? Jetzt gibt es nicht mehr. Du kannst schon mal... Auch das ganze Jahr unterstützen, im Sachen Motorsport. Ja, die sind ja alle so blöd. Das ist... Du verweigst noch nicht. Hey, du Trottel! Ja. Jetzt siehst du das. Ich wollte die zweite Frage überhaupt nicht vergessen. Die war eigentlich doppelt gestellt, von daher alles gut. Okay, okay. Ja, aber ich sehe gar nicht. Der kann schnell, der wie er ist. Das nimmt er raus, ne? Aber ich twittere noch zwei. Super. Ich habe ein perfektes Rennen gehabt. Ich meine Ahnung. Und muss ich sagen, dieses Rennen gehört meinem Mechaniker. Weil die haben gestern in der Nacht, dass wir einen Schwodhaufen ein fahrtüchtiges Rennfahrzeug gemacht. Super war es, in die Furcht. Yeah! Ja, wir sind live auf Sendung, meine Damen und Herren. Hier von der DMV. Na also, es geht nicht. Was bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Das macht es einfach aus. Schön abgerundet, ne? Nein, das war jetzt irgendwie bloß. Ziemlich verregnetes Wochenende gehabt. Mit... Warte mal, fangen wir nochmal von vorne an. Ja, erklär mal. Ja, das war klar, gell? Ja, das muss ja auch sein, gell? Ja, das ist ja nicht. Aber sehr gut. Ne, Havik war super. War super, auf jeden Fall. Äh, ich halt sowieso gerne Motorsport betreibe. Und das auch mein Hobby und Beruf. Ja, ich kann nicht. Ja, mach du was. Ja, okay, ne, komm, Havik, dann lass nur es. Komm, lass... Ich sag, lass...